Guten Tag meine Freunde, da sind wir wieder weitere Folge, Fuck Wild 4 Negal, ähm, diesmal machen wir mal außerverprobiertel Detourier, wie man am letzten einen Schweinebraten... Schweinenfuß aufbrennt, aber... nein, äh, schwabe Seite, wir machen jetzt den Aufbau von diesem Yogi, diesem Reggie da Wieder mal Zeit, Füße abtreten und so und rein spaziert Gucken, was die Coyoten jetzt wollen Siehst du, es klappt, ich, 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 ich hab durch die Wand gesehen Was? Darf geschissen, du hast nur die Schritte gehört Oh nein, 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 ich bin auf einem Ort, hab ich schon vergessen, Sao Paulo? Stimmt, der Posaunenspieler Der einarmige Posaunenspieler Aber jetzt, wo AJ hier ist, kann er unseren kleinen Streit beilegen Ja, das kann er, aber... Er ist unser Besuch, also lass uns Gastfurti sein Das ist nur vom Feinsten Wir nennen es Occupus Speed Das Zeug springt die Grenzen deiner Wahrnehmungskraft Aber, dazu brauchst du noch ein Torwart, mein Freund Arbeit Wie geht denn? Wann ist es? ach ja was für eine schöne hände ich doch habe und schöne beine und die schuhe oh mein gott sind so hässlich was ist alles so rot ich will nicht lesen ist alles grün ist alles lila rot oh mein gott ich bin ja schon an das ist ja alles schon gelootet ich muss ja jetzt hier hoch die bär mich nicht sehen sie scheinen zu sein immer mit musik erzählen böser wer steine schmeißen guck mal da mit dem süßer zum stein Oh fuck Wir können sogar durch Hafen mitnehmen Oh, uns sind volle Monsäure gefällt mir Alter, was ist hier los? Oh so, so viel Machen wir bitte mal Ach, vorerst? Ne, ne, das ist nicht bei dem Ist ok, bringen Sie einfach hoch Schiebom, schiebom, oah, schiebom Jawohl, dat ist der Video in der Karriere Hallo Äffchen, morgen Höh Fehlen die Dinge, fehlen, fehlen sie Ach, da sind Bomben, die kleinen Äffchen Schiebom ist ja auch toll So, auch ein Auto, da will ich gar nicht fahren mit Schiebom Ich könnte aber Ein bisschen Paraglain machen Oder wie man das nennt Sparen wir uns vielleicht ein bisschen Weh Sparen wir uns vielleicht ein bisschen Ungarn der Scheiße Der liegt ja Ein bescheidener, ne? Alter, holt sie ja Höhlen 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 Ok, das muss man einfach mal mit der Karte Höhlen Höhlen Hallo Hallo Höhlen Hallo Höhlen Nee, du hast ihn ja Ok, dann hol ein Blubb Das ist vollkommen ok Dann hol ein Lab Oh ja, dann nehme ich mit. Wo bin ich eigentlich in der Möp? Alter. Wir sind abgekommen. Oh, dann bin ich da. Ich bin schon wieder. Oh. Wie geht? Ähm. Ähm. Ja, so dann ballern wir einfach um. Mit der Meinung. Zack. Wo ist es wieder? Da ist es wieder. Du kannst hierbleiben. Du kannst hierbleiben. So, da hätten wir auch schon ein kleines Fahrersitz und dann geht weiter die Action. Die Hauptstraße ist voll und spontan einfach mal orientieren zu weit weg. Diese überkloppten Drogenburschen immer. Man sagt Drogen sind nicht gut, aber es geht nämlich hinaus sofort. Aber wird bestohlen. Das ist eine Weisheit für das Leben. Vielleicht auch nicht, aber sei gar. Ja. Das muss immer. So, wir sind schon optimal ein. So ein paar Plätze. So. Parkt. Ne? Oh, der Parkplatz ist nicht da. Ja, das ist so egal. Cack. Und man macht noch. Wo 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 Wo. Oh, der. da ist ein Bär neben mir zu binden alter sterb 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 komm her du komm her jawohl der sterb einfach nicht ist vorgegangen nein warum auch hat er dir recht? oh es hat gereicht glaub's nicht so wir zählen mal schnell da finden wir hier dran an der was zu tun hat aufrichtige Ehrenarbeit ihrer wie ach nee ihrer Bietung upsala so dann wird er wieder runter alterne weise bis an geplant Hilfe hallo beschlagnahmung wieder raus wieder raus wieder raus da muss ich mal ran hallo es ist da ein Bär lass mich doch mal hier ran tja einmal mit Profis einmal mit Profis einmal mit Profis oh bin da und äh wie jetzt? wir zurück in der Höhle bin ich denn erst rausgekommen? hm weh weh weg weh genau und da ist noch alles an dir dran kein Schaden kein Fall übrigens hast du jetzt auch das Rezept? ja und du kannst jederzeit von der Wirkung profitieren wenn du es willst wie eine Superkraft ganz genau und wo das herkam gibt es noch reichlich mehr komm einfach zu uns zurück wenn du mal wieder ein Kind brauchst ja? ist dein Handy? sag mir sag mir ok scheinen wohl nur Spitzenarzt zu lernen oder kennenzulernen so nicht kehren und zu lernen äh die Fähigkeiten Wirkungsobus wurde ok die Taste und ok wie Roma naja ok das war diese komische Mission die mir ein bisschen komisch vorkam äh diese Typen sind echt krank ey da ohne Flax naja egal würde dann sagen danke für zuschauen ne und die würde dann gesehen und dann auch in der nächsten Folge wieder und bis dahin rot darin